Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja hier durch den Nebelturm gemacht und sind eigentlich auch ziemlich gut vorwärts gekommen, bis, ja, die, ich sag mal, unfaire Stelle kam, wenn ich das mal so nennen darf. Und ja, in dieser Folge wollen wir uns weiter durchmachen, durch den Nebelturm. Zwei kurze Sachen noch, ich gehe natürlich auch wieder auf Kommentare ein, jetzt, wo es ja auch eine neue Aufnahmesession ist. So, das erste Ding ist, die Krone hier soll angeblich, ja, noch ein paar zusätzliche Effekte haben. Das Problem ist, das steht halt nicht da. Also ich weiß nicht, ob sie zum Beispiel die Vitalität erhöht oder so ein Spaß. Das ist das Einzige, was ich noch prüfen könnte. Aber der ganze Rest, also Vitalität auf jeden Fall schon mal nicht. Aber der ganze Rest ist so eher, naja, man weiß es nicht. Spielerstatus, Vitalität ist auf 9, war meine Vitalität nicht auf 40. Ah, es erhöht auf jeden Fall die Konstitution, die Kondition auf 41. Die war nämlich vorher nur auf 40. Und es erhöht auf jeden Fall auch die Stärke auf 45, weil ohne das Ding, ohne das Ding haben wir ja nur eine Stärke von 44. Also das hat es um 1, es verringert die Vitalität sogar um 1, sehe ich gerade. Erhöht die Kondition dafür um 1, erhöht die Stärke um 1 und vielleicht noch Belastung oder sowas. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall, dann nehme ich erstmal wieder den alten Helm. Soviel dazu. Und ja, dann wurde mir noch gesagt, dass ich doch mit diesen, ähm, ja, dass ich doch mal nochmal zurück zu, 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 oh Gott, welches Gebiet war denn das jetzt? Das hier, ne, Untotengraben. Ähm, dass ich doch nochmal zu Vendrick zurück soll. Denn der sagt mir wohl nach jedem DLC ein bisschen was. Und ja, das wollen wir doch jetzt mal gucken, was der uns da so Schönes sagt. Wenn ich dich, hoffe ich finde den Weg direkt. Ähm, wo war der denn? Ich musste einfach hier hinten raus, oder? Ach du Scheiße. Hm, warum hab ich das getan? Oh, ich hoffe, die Typen stehen da unten jetzt nicht. Wenn ich da jetzt nicht einfach durchrenne. Ich hoffe mal. Komm wohl, wartet mal. Zack. Hier war doch dieses Vieh, das die Glocke läuten will, ne? War's auf der anderen Seite? Ich kann mich ja drum kümmern. Dann kam jetzt aber gleich noch einer, der gespawnt wurde, glaube ich. Da. Ah nein, da kommt einfach noch einer angelaufen. Okay. Ich dachte, hier wäre einer gespawnt, aber der kam wohl immer nur einfach angelaufen. Gut. Doch, da wurde einer gespawnt, sag ich doch. So. Gut. Hätten wir das schon mal, dann müssen wir uns nur um die beiden Typen da kümmern. Ach, dahinter hätte man auch ein Leuchtfeuer setzen können. Denn ich denke mal, ich muss später auch nochmal zu Vendrick. Und jedes Mal diesen Spaß hier zu machen, ist mir dann auch ein bisschen... Obwohl, ich könnte wahrscheinlich einfach durchlaufen. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich einfach durchlaufe. Ob die mir hier hinter folgen? Ich meine, das dürften sie ja eigentlich nicht, oder? Doch, sie machen es. Es interessiert sie nicht, dass das ja hier von ihrem King ist. Äh, cool, okay. Ich dachte, er macht einen normalen Schlag. Dass das hier das heilige Reich eures Königs ist, ist euch scheinbar scheißegal, hä? Blöden Mistkerle. Ja, komm. Zack. Zack. So, jetzt du. Warum funktioniert der Backstep nicht? So. Aber so geht's ja auch. Gut, so. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, ob ich mit dem überhaupt reden kann. Weil eigentlich ist der Typ ja ein bisschen tot, habe ich das Gefühl. Hallo? Und wie soll ich jetzt mit dem reden? Muss ich das Ding vielleicht aufsetzen? Oh. Hier, okay. Äh, what? Was passiert denn jetzt? Bin ich denn jetzt gelandet? What the fuck? Hallo? Weilt nicht zu lange in der Erinnerung. Ah, da ist er ja noch normal. Ich bin Vendrik, Ruler of Drang Lake. Seeker of Fire, Deliverer of Crowns. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. Okay. The crowns hold the strength of lords from times long past. Seek adversity. As befits you, seeker of fire, coveter of the throne. I am no king. I am more fit to be a jester. I was unaware of my own blindness. We are feeble vessels with feebler souls. We would cast aside the prop of life, only to face greater hardship. Are you another such fool? Or something more? Ich mache jetzt erstmal schnell den Dialog, weil da ja dieser Hinweis stand. I failed to see your design, young moth. But I see very little these days. Okay. Gut, okay. Und wie kommt man hier wieder raus? Muss ich die Fedder benutzen? Äh, die Fedder benutzen. Genau, die Fedder. Ach, guck mal, da vorne steht welche. Was ist das denn? Ist das hier irgendeine Parallelebene gewesen jetzt? Oder was? Wo er halt noch nicht untot ist? Und wo Weltstadt halt auch noch gelebt hat hier? Ähm, wie ist das denn jetzt zu verstehen? Und ja, ich habe übrigens gemerkt, das ist ja natürlich auch was Falsches gewesen. Das habe ich selbst gemerkt. Das ist ja nicht die Krone von Vendrix, sondern die Crown of the Sunken King. So hieß ja auch das DLC. Die Krone des versunkenen Königs. Also irgendeines anderen Königs. Aber okay, interessant. Mal sehen, ob er uns da noch ein bisschen mehr sagen wird, wenn wir ihm mehr Kronen quasi bringen. Gut. So viel dazu. Und jetzt machen wir weiter im eigentlichen DLC. Ich frage mich immer noch. Wie gesagt, wir wissen es ja beim letzten Mal mit dem Fluch. Ich frage mich, also zwei Dinge frage ich mich. Erstens. Ist das Problem mit dem Fluch jetzt gelöst? Da unten, Alter, da kommen ja noch ein paar Leuchtfeuer, ne? Ist das Problem mit dem Fluch da jetzt gelöst? Und zweitens, die viel wichtigere Frage, kriege ich, ähm, kriege ich das Item? Ähm, weil ich weiß nicht, ob es wichtig ist, das Item, aber ich denke mal, für irgendwas wird's dann schon noch interessant werden. Deswegen wäre es schade, wenn ich jetzt also diese Asche, den Teil der Ascheseele nicht kriege. Oder von Adalia nicht, ne, nicht Adalia, wie hieß sie, keine Ahnung, das nicht kriege. So. Hier ist immer noch nichts. Wahrscheinlich kommen wir hier auch weiter, wenn hier irgendwie mal was aktiviert wurde. Dann funktionieren wahrscheinlich auch die Teile. Da war noch eine Tür, aber ich glaube, die war uninteressant. Wo ging's denn hier weiter? Da war eine Leiter. Also, der Tür kam ich noch gar nicht, ne? Gut. Glaub ich. So, hier kam doch gleich dieser unglaubliche Scheißraum. War das nicht der? Aber, okay, der fällt wieder da durch. Hab ich mir fast gedacht. Den kann ich dann nachher wieder zum Explodieren bringen. So, wobei, ich weiß jetzt leider... Das Problem ist, dass es jetzt natürlich auch für mich wieder ein paar Tage her ist. Das heißt, ich weiß nicht mehr zwingend, wo es genau lang ging. Ich glaube, die Tür war verschlossen, oder? Versuch da dringreifen. Ist hier irgendwo ein Vieh? Nö, keine Ahnung. Ich glaube, von da kam ich, oder? Irgendwie mal, oder... Ich bin mir halt nicht mehr sicher, was ich eigentlich genau erforscht hab. Es ist halt schon wieder ein bisschen her jetzt. Aber ich weiß noch ungefähr... Der war tot, aber später kam noch einer, der wieder aufsteht. Die Tür ist auf jeden Fall wieder zu interessant. Ach, das war dieser Spaß. Ach nein. Ich will den. So, das waren die. So, jetzt kommt der schöne Raum nochmal. Ach man, kann ich da einfach durchlaufen? Die Tür müsste ja jetzt offen sein, theoretisch. Aber... Ich weiß nicht, ob die mir dann folgen. Das ist das Problem. Das heißt, ich werde mich nochmal durch den Raum durchmachen. Ach so, und was mir natürlich auch gesagt wurde, was logisch ist. Es handelt sich hier um Asche und nicht um Schnee. Äh, klar. Weiß nicht, wie ich da auf... Also, ich kam auf Schnee, weil... Weil es hier halt oben in den Bergen ist. So, erstmal den scheiß Bogen schützen. So, und wenn ich hier drunter kämpfe, kann mir der Feuerbomben-Heini mal egal sein. Wow. Das war gut. Ach man, das war jetzt richtig kacke. Ich hasse diesen Raum. Ich weiß nicht, ob ich einfach durchlaufen kann, ist das Problem. Weil davor wartet gleich der nächste Gegner, das weiß ich noch. Ich muss mich einfach nur besser anstellen. Das ist ja jetzt nicht so schwer, denke ich. Also, prinzipiell sollte der Raum gehen. Jetzt habe ich bloß geredet. Ja, es handelt sich hier natürlich um Asche, wie ihr richtig angemerkt habt. Ähm, wie gesagt, ich bin auf Schnee gekommen, weil wir halt ganz oben waren und so. Da dachte ich halt, kann ich hier nicht irgendwas machen? Guck mal, ich kann da... Moment. Moment. Ich weiß ja jetzt auch, dass ich schnell klettern kann. Das ist die Tür, oder? Oder nicht. Oder doch. Oder nein. Aber ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Ähm, hier war Sponfire dann, ne? Glaube ich. Äh, hier kam Sponfire. Ähm, wohin da habe ich... Ich habe jetzt irgendwo die Fässer zerstört und dadurch... Hier war doch gerade irgendwo so eine Tür, die ich auch noch nicht aufmachen konnte. Wo war die denn jetzt? Bin ich denn dafür langgerannt? Äh, Kurzzeitgedächtnis, danke. Ich habe die mir jetzt halt nicht so genau gemerkt, weil sie nicht weiter wichtig war. Aber dann könnte ich den Feuerbomben-Heini wahrscheinlich schon mal zugrunde schicken, ohne Probleme zu kriegen. Hier ist es doch bestimmt, oder? Deswegen versucht angreifen. Ah! Cool. Ach, der ist damals runtergefallen da. Da ist der. Ja, genau das. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Hm. Ich könnte von hier oben vielleicht den einen oder... Ich glaube, ich kann hier nicht mal den einen oder anderen abschießen. Dass der jetzt da runtergefallen ist, ist irgendwie blöd. Was willst du denn, Junge? Ist der mir bis hierher gefolgt? Ja, was machen wir jetzt? Die Typen, da kommen dann gleich auch noch runter. Ach, ich riskiere es jetzt einfach. Ui! Einer down. Aua! Ich komme nicht mehr weg, ey. Au, au! Ich werde gerackt, aber sowas von... Okay, ganz ruhig. Concentration. Hier gibt es Friendly Fire? Habt ihr es gerade gesehen? Die haben gerade Friendly Fire gehabt. Ach Mann, was... Was habe ich denn jetzt für ein scheiß Problem mit diesem Raum? Ich hatte doch vorher kein Problem mit diesem scheiß Raum. Das ist das Problem, wenn man wieder anfängt, ne? So ein paar Kleinigkeiten sind dann halt auch wieder... Das ärgert mich jetzt, weil ich dachte jetzt eigentlich, naja, du spielst mal bis dahin und kannst jetzt endlich erkunden, was da hinten ist. Und jetzt habe ich so auf einmal Probleme mit diesem Raum, wo ich vorher nicht so große zumindest hatte. Die Frage ist, jetzt muss ich das Ding nochmal kaputt schießen. Das ärgert mich jetzt einfach ungemein, sage ich mal ganz ehrlich. So, du läufst jetzt da rein. Ja, gut, so. Dann zu der Tür. Ich hoffe, ich muss die nicht nochmal aufschießen. Weil es lohnt auf jeden Fall. Dann habe ich schon mal das Feuerbombenproblem nicht. So, komm mal hier rüber, Kumpel. Dann kannst du schon mal nicht runterfallen. Dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Ach, ernsthaft. Das ist schon mal einer, aber der ist gar nicht das Problem gewesen. Ah, den kriege ich doch von hier nie, oder? Tatsächlich kriege ich den, aber es bringt mir nichts. Bin gerade echt am überlegen, einfach durchzulaufen. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich durchlaufe. Wie viele mir folgen? Der ist ja auch noch da, stimmt. Komm schon, komm schon, komm schon. So, und wie viele sind mir jetzt gefolgt? Ach, keiner. Okay, ich kann einfach durchlaufen. Ja, auf die Seelen scheiße ich jetzt. Das bringt jetzt auch nicht mehr viel. Sei mal ganz ehrlich. Ich habe den meisten Teil verschwendet. Ich vollidio. Ich kann einfach durchlaufen. Zwei, also auf Deutsch, zwei äußerst sinnlose Tode. Das ärgert mich jetzt natürlich noch am meisten. So, das war der Spaß. Ich erinnere mich. Hui. So, und hier kamen auch gleich irgendwelche, äh, ernsthaft. Hier kamen ja auch gleich irgendwelche fallenmäßig entlang gesprungen. So, jetzt fällst du erst mal runter. Tust du nicht. Bist nach rechts gegangen dafür. Na komm. Au, das hat getroffen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die hier mich noch trifft. Alter, jetzt hör mal auf dich zu ducken die ganze Zeit. So, ein Treffer noch. Au. Das macht aber auch ordentlich Schaden, ne? So, hier kommen jetzt gleich irgendwo welche hervor. Ich weiß es noch. Jetzt brauche ich ja wenigstens nicht da runter. Da kam einer gekrabbelt gerade von vorne. Und den können wir uns ja mal schnell kümmern. Ah, und da kam ja gleich die nächste. Stimmt. Ach, ernsthaft. Oh, das war daneben. So. Und jetzt kam der von hinten. Wusste ich doch. So. Kohleartiges Harz. Schön. Au. Ja, einfach stehen bleiben ist meist eine schlechte Idee. What? Da fuk. Was war das denn? Junge Frau, junger Mann. Das ist ein Mann, oder? War das ein Konter oder teleportiert er sich einfach so? Okay, der teleportiert sich glaube ich einfach so. Alles klar. Wow. Ich muss sagen, das letzte Mal bin ich wesentlich besser hier durchgekommen. Das ist irgendwie gerade schwerer als beim ersten Mal. Darf ich das mal sagen? Darf ich das mal sagen? Das ist krass. Beim ersten Mal fand ich das gar nicht mal so schwer. Da dachte ich, oh läuft ja alles recht gut. Und jetzt auf einmal zack, zack, bumm, bumm. Ach, jetzt kommen die von hier alle, ey. So, ich versuche nicht die ganzen da zu triggern, um ehrlich zu sein. Was schwer wird da. Och. Die kommen echt alle. Ich wollte mich nicht um euch kümmern, ganz ehrlich zu sein. Ich wollte euch eigentlich ignorieren, aber na gut, dann halt nicht. Komm, noch mehr. Gut, die restlichen, die da irgendwo rumliegen, kann ich dann ja ignorieren. Gut, dann probieren wir jetzt nochmal. Wir haben schon wieder viel zu viel Zeit verbraucht. Den Assassinen. Und dann bin ich gespannt, wie das da unten jetzt aussieht. Boah, muss bloß nicht runterfallen, ey. Das wäre noch das Traurigste. Ja, ja, Assassine, ich weiß. Bla, bla. Ich weiß ja jetzt, wo du stehst, mein Freund. Hör mal auf, so durchzuschlagen hier alles. Nein, am Stoft. Der zieht sich ja dann eh zurück, wenn ich ihn ungefähr die Hälfte gezogen habe, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich werde es auch nicht verhindern können, es sei denn, ich bin ganz schnell. Bleib doch stehen. Ich glaube, das kannst du vergessen. Ja gut, zieh dich halt zurück, Wichser. So, dann kümmere ich mich erst um euch. Die sind auf jeden Fall jetzt alle schon mal nicht mehr eingeäschert, die Typen. Oh, der andere ist auch runtergefallen. Aber okay, ich werde nicht mehr verflucht, alles klar. Das Problem ist auf jeden Fall schon mal gelöst. Ach ja, das war ja der mit dem scheiß Bogen. So, dann wollte ich hier beim ersten Teil noch was gucken, wo ich beim letzten Mal einfach durchgelaufen bin. Jetzt roll schon. Und zack. Und tschüss. So, der da unten interessiert mich erst mal nicht. Und zwar hier, habe ich das Gefühl, dass beim letzten Mal vielleicht doch was passiert ist. Zumindest sieht es seltsam aus und es kommen ja auch Steine runter. Das passiert ja sonst nicht, wenn man gegen sowas gegenschlägt. Deswegen wundert es mich schon ein bisschen. So, dann du jetzt. Das war ein guter Wurf, Kumpel. Daneben. Boah, wie schnell der das Zeug werfen kann. Und tschüss. So, auf das Item da. Das hole ich mir nachher. Jetzt muss ich mich erst mal um den... Ah, das Item liegt aber noch da scheinbar. Okay. Sie scheinen wirklich daran gedacht zu haben. Gut. Sowas sollte ja auch spätestens in der Testphase auffallen, dass man dann da äußerst schnell sterben kann. Ähm, dementsprechend... Ja, gut. Ist ein bisschen sinnlos. Ich hatte beim letzten Mal das Gefühl, der wollte die hier bewachen. Aber jetzt ist das ein bisschen... Naja. Ich überlege aber gerade. Obwohl der andere kommt nicht. Dann kann ich mich erst um dich kümmern. Ja, das war schlau, mein Freund. Moment. Okay, ich kümmere mich erst um den anderen. Und tschüss. So, da kommt der Assassine an. Schnell einen Schluck. So, jetzt können wir endlich kämpfen, Freundchen. Was wirfst du denn da immer? Giftbomben? Ja, Giftbomben. Kumpel, das ist lächerlich, was du hier abziehst. So konnte ich nicht rollen. Ich hab doch Anpassung auf fucking 20. Das ist manchmal echt seltsam. Ich hab Anpassung auf 20. Und kann trotzdem Ewigkeiten nicht rollen. Das ist echt ein bisschen... Naja. Was machst du denn jetzt? Keine Ahnung. Tschüss. So, da kriegen wir das Stück. Gut, dass sie dran gedacht haben. Bin ich echt positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie an sowas gedacht haben. Aber okay. So, hier unten noch irgendwelche Gegner erst mal. Die hier sind dann natürlich auch nicht eingefroren, sondern irgendwie verascht quasi. Oh, keine Gegner ist gut. Da kommen ein paar. Ganz ruhig, Brüder. Ich kann nichts dafür, dass hier irgendwie euer Feuerboss scheinbar das Gefühl hatte. Also ich vermute mal, dass es irgendwie sowas sein wird. Und euch einzuäschern. Das ist nicht meine verdammte Schuld, Freunde. Braucht ihr nicht mich angreifen. Wenn es so war, was ich jetzt... Also es würde zu einer Dark Souls Story passen, finde ich. So. Aber dann brauchen wir hier beim nächsten Mal auch schon nicht mehr rein. Das finde ich doch sehr gut. Das finde ich doch mehr als gut. Dann ist der Teil nämlich auch abgeschlossen schön. Und wieder kein Mimic. Das finde ich auch sehr schön. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Haben wir zwar heute nicht viel geschafft. Oh, ein majesthetisches Großschwert. Aber immerhin etwas. Ein uraltes Großschwert unbekannter Herkunft. Dieses Schwert wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Woher will man das wissen, wenn es von unbekannter Herkunft ist? Bis es in die Hände von Gordyn, Wanderritter von... Achso, okay. Von Forossa fiel. Mit seinem Tod ging es verloren. Unheimlicherweise war jeder der berühmten Schwertstreiter, die diese Waffe erbten, Linkshänder. Aha. Wow, das ist was für alle möglichen quasi. Also, wo man alles mögliche braucht. Für jemanden, der gerne alles skillt oder im New Game Plus 7 ist und alles geskillt hat. Ich weiß ja nicht. 7 war doch das Maximum, oder? Beziehungsweise es geht noch höher, aber ab irgendeinem Punkt wurden ja die Gegner nicht mehr schwerer. Soweit ich das weiß, ne? Ich glaube, 7 war das, ne? Oh, ein Großbogen. Ja, guckt mal. Da hätte ich schön Bogen spielen können mit dem Ding. Spätestens mit dem. Obwohl der Langbogen ja auch schon ist. A-Skalierung. Einzigartiger von den Alone-Rittern ausgerüsteter Bogen. Dieser äußerst mächtige Bogen verwendet Großpfeile. Doch jedes Spannen der Sehne nimmt viel Zeit in Anspruch und macht den Schützen anfällig. In der Blütezeit seines Landes hieß der alte Eisenkönig Zwielichtige. Ich glaube, sowas hatten wir schon mal. Die meisten Scharlatan. Stimmt. Ich erinnere mich, das hatten wir schon mal. Da habe ich schon mal gefragt, wie man scrollt. Und ich weiß es immer noch nicht. Wollte ich nur mal sagen. Ja, was das hier ist. Wie gesagt, es wundert mich. Ich hau mal ganz kurz mit einem anderen Schwert drauf, damit das nicht zu weit kaputt geht. Das hat halt hier... Es wirkt halt so. Obwohl, nein. Ich dachte... Ich dachte erst, weil hier aus irgendeinem Grund keine Asche war, dachte ich, da ist was ganz Besonderes. Und da beim letzten Mal, glaube ich, auch eine... Da stand beim letzten Mal auch eine Nachricht. Deswegen war ich davon ausgegangen. Ah, da wollte wieder mal einer einfach trollen. Aber das kennen wir ja schon. Das ist in Dark Souls ja so üblich. So, dann haben wir den Teil geschafft. Das Schöne ist, auch wenn ich zweimal gestorben bin, weiß ich, ich kann durch den nervigen Raum durchlaufen. Heißt, im Prinzip habe ich jetzt das Gebiet bis zu dieser Nebelwand, wo ich eigentlich beim letzten Mal noch durch wollte, ja eigentlich ganz gut erforscht. Das heißt, ja, selbst wenn dahinter jetzt ein Boss lauern sollte, wird es eine Weile, ähm, dauert es nicht so lange, da hinzulaufen. Und da sind viele gestorben, aber eigentlich davor, nicht dahinter. Es ist keine Boss-Nebelwand, okay. Das heißt aber nicht, dass ich mich ausruhen kann, Freunde. Ich höre was glitzern. Keine Boss-Nebelwand heißt nicht, dass es hier einfach wird. Wasser? Viel Wasser. Dahinter, voraus, what? Keine Ahnung, was das sollte. Bin ich jetzt schon einmal im Kreis gelaufen? Oh, nee. What, 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 was war das denn jetzt? Wo, war, war, ich habe überhaupt nichts gesehen. Was ist gestorben? Wieso? Was ist passiert? Das war jetzt random. Ziemlich. Zauberquarzring. Hey, Magieschutz. Irgendwas passiert hier und irgendwas trampelt hier. Ich bin von da reingekommen, oder? Oh, ein Bonfire. Wie nett. Und das gefällt mir doch. Da kann ich mich erstmal hinsetzen. Wir sind jetzt im Feuer, äh, im Foyer. Schön, schön, schön. Kann ich das Ding aktivieren? Das sieht so aus gerade. Mit dem Mega-Schalter hier. Ich brauche ein Eisenzepter dafür. Ein glühendes sogar. Verschlossen. Na gut, jetzt bin ich aber wirklich einmal rum, hä? Ich frage mich. Moment, ich probiere mal was aus. Die Stelle nochmal ablaufen, ganz kurz. Weil da müsste das Fia Respawned sein, was auch immer da gewesen ist. Nö, diesmal stürzt sich irgendwie nichts in den Tod. Gut, aber wir haben ein neues Bonfire. Schön. Hätte ich erst das machen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bevor ich mich mit dem anderen Teil beschäftige. War natürlich ein bisschen doof. Aber wenn man es nicht weiß, ne? Magiestein. Ach, übrigens. Apropos Steine. Ich habe nochmal geguckt. Habe ich nach der Folge nämlich geguckt. Und mir ist es aufgefallen. Äh, da. Alter irdischer Stein. Verleiht Waffen irdische Kräfte. Was irgendwie ein bisschen weniger spektakulär klingt, finde ich. Verändertes Titanik. Verändertes Titanik drängt Waffen mit irdischen Kräften nicht auf Schilder anwendbar. Alltägliche Dinge erhalten meistens keine besonders große Aufmerksamkeit. Doch manchmal kann das banalste Objekt die Dinge ins rechte Licht setzen. Was auch immer irdisch bedeutet. Wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie sonderlich extrem geil klingt. Aber nun gut. Wer weiß. So. Ah, jetzt kommen wir endlich. Weil wir sind wirklich nicht weit gekommen, muss ich sagen. Gerade. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde gerne schon noch ein bisschen was schaffen heute. Ich meine, man ist ja auch so ein bisschen selbst dann daran. Ich meine, mich stören die zwei Tode natürlich auch. Aber die sind jetzt gar nicht mal das Schlimmste, finde ich. Oh, nicht du schon wieder. Guck mal, da explodiert was. Das wollte ich jetzt probieren, ob das geht. Aber das geht tatsächlich. Naja. So, hier warten wir. Wie viel Zeit habe ich dazwischen? Echt nicht viel, oder? Ah, geht. Yes. So, hier an die Stacheln darf ich ja nicht. Das weiß ich. Da drüben sind noch mehr. Wir gehen die Feuerpfeile aus für die explodierenden Fässer. Huch. Ach, da ist auch noch eine. Ena. So, das war Nummer eins. Jetzt um Nummer zwei kümmern. Oh, Nummer drei. Ist auch noch da. Okay, mal ganz kurz in Sicherheit bringen. Und zack. Kann ich die nicht einfach hier reinlocken irgendwie? Ach, wenn jetzt zwei schießen, wird das ja richtig nervig. Vielleicht kann ich sie von hier so nicht... Da fuhrt? Lass mich raten. So ist das gedacht. Das ist geil. Das wüsste ich noch gar nicht. Das ist der Hammer. Ich meine, bringt mir zwar nichts gegen den Typen da hinten, glaube ich. Ich glaube, weiter kann ich das Ding nicht schieben, oder? Das ist ja geil. Kann ich das Ding noch weiterschieben? Ne, dann kommt's nur... Ach, wenn ich's haue, ändert's. Okay. Das ist echt interessant. Und mir noch nie aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das erst hier jetzt ist. Der hat meinen Umhang leicht berührt. Oh nein, nicht schon wieder. Das ist geil. Cool. Hab ich, wie gesagt, noch gar nicht gesehen. Oder ich weiß nicht, ob's vorher auch schon ging. Hallo, Kumpel. Weißt du was? Ich probier die Taktik. Guck mal. Ah, das hat nicht so viel gebracht. Das hab ich mir fast gedacht. Uh, darum sollte ich ausweichen. Zack. Zack. Hatte ich mir aber denken können, dass das jetzt nicht so viel bringt. Oha. Aua. Kann ich da nicht zurückziehen kurz? Äh, einen zweiten wollte ich noch trinken gerne. Okay. Guter Treffer. Zwei gute Treffer. Seine Lava ist zwar ein bisschen widerlich, aber okay. Also in so einem engen Gang ist der dann doch schon nochmal deutlich ärgerlicher. Aber ich hab ja gemerkt, dass der insgesamt auch ein bisschen fieser ist. Seit ich den Raum nochmal machen musste. So, dann gucken wir jetzt erstmal, was der Schalter macht. Denn jeder würde gerne einschalten. Da ist noch ein Schalter. Machen die die einzelnen Teile hier auf? Ja. Und tschüss. So, aber den kann ich auch normal abschießen. Der muss nicht explodieren zwingend. Kostet mich zwar ein bisschen mehr Pfeile, aber Feuerpfeile hab ich ja leider nicht mehr so viele. Oh, guck mal, dann bleibt das Fass... Ne, das Fass, die spawnt danach. Okay. Schwarze Feuer... Ach stimmt, die könnte ich auch benutzen. Das wär die einfache Variante. Falls ich keine Feuerpfeile mehr hab, einfach Feuerbomben. So, was hab ich hiervon jetzt? Den Schal... Jetzt sag mal bloß, ich hab den... Hä, hab ich die Schalter übersehen? Ernsthaft? Ich hab die Schalter übersehen? Ah, ich war ein bisschen mit Kämpfen beschäftigt. Gebe ich ja ganz ehrlich zu. Da kann es durchaus sein, dass ich den ein oder anderen Schalter tatsächlich übersehen hab. Ja, dann gucken sie mal einer an. Dann mach ich hier mal auf. Dann mach ich auch ganz vorne mal auf. Dann könnte ich mir eventuell den ein oder anderen Gegner, glaub ich, sogar sparen. Wenn ich's ein bisschen clever anstelle. Kannst du sagen... Hä, dann kann man doch viel skippen, oder? Oder man macht sich alles kaputt jetzt. Das kann auch sein. Aber wer würde es nicht tun? Gut, dann machen wir mal da auf. Aber dann kann man... Na ja, kann man die Gegner auf jeden Fall woanders hinlocken, denke ich. Wo man besser kämpfen kann. Jetzt hab ich ein wesentlich größeres Areal natürlich. Oh, jetzt geht's wieder raus. Oh, nicht schon wieder Ketten. Da ist ein Nebel. Umweg. Ügner. Was ist hier? Komme ich hier vielleicht als... Kann's sein? Komm schon. Der Rückweg zum Bonfire. Da gab's ja noch eine Tür, die ich noch nicht aufmachen konnte. Ah, das aber braucht auch Ausdauer, seh ich gerade. Äh, wo bin ich jetzt? Das kommt mir bekannt vor. Ich bin mir aber grad nicht 100 pro sicher, wo das ist. Doch, Moment, Moment, hier müsste ein Bonfire sein. Ja, ja, genau. Hier ist das Bonfire. Perfekt. Shortcut zum Bonfire schon mal geschaffen. Wisst ihr was? Einfach, weil ich's hab, nämlich ein Menschenbild. Ich will möglichst oft menschlich sein, auch wenn's hier nicht so viel bringt. Das geb ich ganz ehrlich zu, aber... Ich find menschlich sein schon irgendwie geiler. So, ich weiß nicht, ob man irgendwo Feuerpfeile kaufen kann. Das Schöne ist, ich kann jetzt die ganzen Gegner hier skippen einfach. Indem ich einfach hier langgehe. Das ist schön. Ich liebe solche Ab... Also, so ne Abkürzung... Die haben ja, find ich, in Dark Souls 2 auch ein bisschen zu sehr gefehlt. Das liegt aber auch daran, dass man... Dass die Gebiete ja nicht mehr so zusammenhingen, ne? Das könnte auch ein Problem dahingehend gewesen sein, glaub ich fast. So, aber da vorne kommt jetzt mit Sicherheit ein Boss. Ich vermute mal, dass Feuer gegen ihn nicht sonderlich helfen wird. Deswegen probier ich's gar nicht erst mit dem Kohleartigen Harz. Aber ich würd sagen, den Boss generell... Werden wir gar nicht in dieser Folge probieren, sondern erst in der nächsten. Aber, wie gesagt, wie wir durch diesen Nebel schreiten, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.